ich weiß nicht woran das liegt ob es jetzt die linke seite ist oder die rechte seite die so rumleckt weiß du klamotten an mal gucken vielleicht haben wir ja auch noch was schönes ich habe hier nicht glück bei den klamotten laden zu beten ich habe ihnen gesagt dass ich gleich explodieren werde und machte was Wo ist denn jetzt wieder Teleporter hin? Oder ich glaube, wenn wir wollen. Kann ich hier rummachen. Und der Bus ist ein paar Meter. Ich bin hier, die Zahl. Geht diesen Skunk noch zu suchen. Jemand war gleich verdächtig, nur wenn man an der Polizei vorbei rennt. Stimmt, flüchtig. Nein, ich renne nur. Hätte man noch joggen. Sag nicht, das ist ein Gingoti. Danke schon mal. Ja, war ja schon mal. Hm, uh, wotten heut. Gut. Blau oder nicht, ne? Nee. Ja. 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 Da ist dann nichts. Die sind immer schon einfach. Warum hast du die denn gesammelt? Da weiß ich gar nichts. Ist das alles zu sehen? Doch, das wars. Das ist ja nichts mehr. Drei Stück noch. Ich fahre Auto, kann ich natürlich auch machen, ne? Ja, gut. Ich fahre mit dem Auto. Ja, das Rennen habe ich jetzt leider verloren. Was ist denn eigentlich, wenn man das Rennen einfach optional gewinnt? Gibt man einen doppelten Preis? Einmal für das Rennen und dann kann er vielleicht nachträglich noch machen. Oder man kann sich überzeugen, dass sie ihn halt nicht tötet. So viele Fragen. Keine Antworten. Keine Antworten. Keine Antworten. Keine Antworten. Keine Antworten. Keine Antworten. So, der nächste war... Da ist auch noch einer, okay. Aber der nächste war eigentlich erstmal hier. Der hier. Beim Boxcamp habe ich jetzt nicht mehr, ne? Ich habe alles schon gemacht. Na, hier schon wieder? Okay, ich muss das loslegen. Tragen wir das zu Ende. Hast du schon was Neues? So cool heute. Blaues. Drei blaue Schemata. Sonst, hm, nichts. Ist gar nicht so schlecht hier. Ah, da bist du. Okay, ich muss das loslegen. Geht doch zurück. Okay. Okay, komm. Bekopen, man hat's auch viel atzer. Nee. Ich kann mich nicht. Nee, das ist nichts. war nicht gerade noch die brühe hinter mir immer den Das war's für heute. Was ist hier los? Der liegt mitmischen, aber... Die Stimme von RM Saddler? So, was tut denn hier schön da? Ah, ok. Ganz egal, noch grüner Zauner dabei. Hier darf ich ja richtig blechen. Wart schon? Alle weggeballert? Weder einzelne ist weggeknallt? Das war's. Na gut. Muss ich wieder neu herstellen. Kann ich denn jetzt herstellen eigentlich? Neu. Mit Per Woll gewaschen. Und wie? Haben wir ja schon. Bloody Maria. Bloody Maria. Das man aber kaum Klamotten kriegt, oder? Bin mir schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich meine, was soll ich denn mit den Liedern in Sachen? Was soll ich denn mit? Was soll ich denn mit? Das war noch im 6, was? Okay. Anstrengend so. Ja, ich kann auch so schnell drücken. Nicht auf Dauer. Das war's schon? Jasmin Emeschener sagt, Stefan der Kräftigmeister. Jo, wir schaffen das. Kräftigmeister. Jo. Jo, wir schaffen das. Geil. Finde ich gut, dass du mich so unterstützt. Finde ich echt gut. Wenn's erstmal erledigt ist, ist es erledigt. Wenn man einmal die Schemataske gekauft hat, sind sie halt weg. Du brauchst halt nicht normal kaufen. Das ist halt das Gute daran, ne? Einmal gekauft, gekauft. So, hier haben wir nochmal Kleidung, dann geh ich nochmal gleich hin. Ich bin gespannt, was die für Rezepte haben. Ich bin gespannt, was die Klamotten. Da, wo ist der Teleporter? Der ist ein bisschen um die Straße, manchmal um rechts. Ich bin gleich weg. Ich bin gleich weg. Ich bin gleich weg, ich mache keinen Stress. Jetzt fehlt nur noch Heppo. Oh, die fehlt noch. Ich habe weder das eine noch das andere, oder? Bist du denn nicht mal woher? Was war denn das gerade für eine Hose? Voller mal ableuchten. Nee. Hier haben wir was blaues und da haben wir was blaues. Was? 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 Oh, wir sind schneller hier. Meine Güte. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hast du noch andere Kunden außer Nomaden? Hä? Wer kommt denn sonst noch vorbei? Die wenigsten Familien machen heute noch Roadtrips. Und in Night City kommt man leichter an gute Waffen. Ich brauche ein paar Knarren. Dann bist du hier richtig. So, Shemata? Wer habe ich die alle schonen oder er bietet keine an? So, ich bin jetzt schon mal. Weiß ja nicht was es noch so für Schematas gibt, ne. Gibt's wohl gar nicht mehr so viele. Ich schätze mal ein paar Schematas wird man garantiert noch bei irgendwelchen Nebenmissionen finden. Deswegen wird man wahrscheinlich nicht alle kaufen können. Aber trotzdem, ne, erstmal gucken. Bist du dich, ne. So ein haufenweise. Die meisten Missionen habe ich ja schon, ne. Oder ein Hauptmission. Ja, Hauptmission habe ich ja noch nicht so viele gemacht, ne. Ich weiß ja nicht wie weit du da schon vorangeschritten bist. Ob missionstechnisch. Auch nicht sehr weit. Okay. Hast du auch erstmal viel Nebenmissionen gemacht, oder was? Ich will nicht direkt daneben spawnen. Geh mal ein bisschen weiter weg. Und ist er wieder in Ordnung? Ja, jetzt sieht er wieder top aus, wa? Oder? 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 Oder noch leicht demoliert, was hast du da? Ich glaube, damit kann man schon fahren, wa? Oh, ab zur Renault. Ja. 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 Die haben wir nicht. Die haben wir hier oben nicht schonmal... Stimmt. Ich habe doch einmal die Karre weggebracht, ne. Das ist Reno, ja? Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Reno, keine Zugehörigkeit. Kontrollen. Moment. Was zum Teufel soll das? Was sind Leute mit einer Waffe? Ich habe sie gerade gesehen. Ach, die hat bestimmt so eine Smart-Waffe. Okay, also Ping und Breach-Dings da finden die alle nicht so geil. Okay. Was denn? Was zum Teufel soll das? Oh, das war ein Fehler. Ein perfekter Riesenfehler. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich habe genug von Maden wie dir. Was? Oh, was passiert? Oh, ne? Hey, warum haust du mich? Kommst du? Kommst du? Ja du, kommst du? 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 Was zum Teufel soll das? Meine Fresse! Gott, ey, was ist denn? Warum ist die denn so empfindlich? Kann er nicht wahr sehen. Hat der wieder ein Autosave gemacht? Nein, das war nicht. Ja, was los? Egal. Ich bin immer versucht, solche Gespräche zu beenden, abrupt und mit Gewalt. Das wäre ein Fehler, ein großer. Ich will dich nicht bescheißen. Und außerdem bin ich kein Anfänger. Ich bin genauso gut vorbereitet wie du. 7300? Verdammt, das stinkt 10 Meilen gegen den Wind. Aber okay, ich glaub dir mal. Du wirst es nicht bereuen. Das sind 7000 nix. Sonst bereust du es nämlich. Kannst du Gift nehmen. Habt ihr eben die Koordinaten geschickt? Mhm, mal sehen. Was ist das jetzt mit dem Koffer? Gar nix. Ich weiß nicht, oder was? Habt ihr gespeichert, ne? Wenn irgendwas da hin sollte. Was ist da bescheid? W depressed. Ich hab keine Sorgen gebeten. Ich bin zu stoppen die Leute. Oh, was ist das mit dem Koffer? Die sind alle. Däups, die sind alle. Das ist dem Koffer. Das ist das. Oh, warte, ein paar. Oh, was ist das denn? Sieht nach Müll aus. Oh, ein Zetatec XPR. Damals der geilste Scheiß. Öffne das Splitter-Menü und entschlüssel das G-MAR optional. Okay, warte. Äh, speicherte ich ja mal vorher. Naja, okay. Lass es nicht irgendwo oben stehen. 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 Okay. Okay. Lass es nicht irgendwo oben stehen. So, Entwurf des Berichts. Das ist jetzt das, was ich machen sollte? Oder konnte? Was nicht. Ich jetzt. Ach da. Ja, klar. Gucken wir das hier auch noch an. Was ist das denn, Finsch? Käse. Mehr wer kopieren? Kriegen wir alles? Wahrscheinlich nicht. Nee, kriegen wir nicht. Nee. Nee, ich schaff' auch nicht. Meining 3 müsste ich weglassen. Also, wir könnten mit E9 anfangen und dann noch 55 runtergehen. Oder haben wir C1, FF 55, BD und E9. Okay, ich schaff' auch. Datenbank habe ich bekommen. Mhm. Ich hab' ne Idee, ich geh' erstmal zu dem Typen hin. Und dann speichere ich davor. Ich mach' das davor auf. Aber wie ich das jetzt aufmache und dann erstmal wieder hingehen zum Typen... Ey, warte mal. Ich hab's klopfen. Ich muss ja den ganzen Weg nochmal da hinlaufen. Hier sind sie. Ich hab' ich irgendwo rein? Bei dir, ja? Also, bei mir nicht. Wo kommst du her? Ihr habt das ja schon ein paar Mal gemacht. Laden... ...neu gestartet und so. Nee, das ist bei mir nicht. Minus Level 44. Okay. Oh, muss ich jetzt zurück? Ich meine, ich habe einen Weg gemacht. Also, ich habe einen Weg gemacht. Ich habe einen Weg gemacht. Ich habe mich hinter einen geschlicken, gespeichert, wurde entdeckt und habe geladen. Er steht nun hinter mir und glotzt mich direkt. Ach so meinst du das? Du meinst die Leichen? Ne, die Leichen liegen da wo sie vorher waren. Die Gegner? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Die Gegner werden an den ursprünglichen Ort zurück. Also die starten da wo sie halt spawnen sozusagen. Die ist mir auch schon aufgefallen. Ach so, ich dachte du meintest die Leichen. Ne, die Leichen bleiben da liegen. So. Dann haben wir den schon mal da. Wir gucken wir mal kurz rein. Falls er meckert, können wir immer nochmal wegmachen. So, ok. Kopiere von Daemons. Und verbesserte Quick Kick. Ein BD. Ein BD. Ein C. FF. Aber vom FF komme ich nicht zu. Ach, da muss ich den 1C da drüben nehmen. Schau ich das überhaupt? Wie er gerade so war. Nur die Bäden gehen. Und dann ist voll. So, was ist denn der 12.12.2021? Ich dachte, der schreibt über irgendwelche Baseballspiele. Und? Hast du das Grimoire? Hast du meine Eddies? Wie schon sagte, wie. Ich bin ein seriöser Mann. Der vereinbarte Betrag. Alles deins. Was? Vielen Dank auch. Nichts zu danken. Das Geld hast du verdient. Ich habe da meine Nachricht. Ich stehe direkt vor ihm. Ich bin doch immer noch am Bluten. da liegt er bestimmt schon seit zwei wochen oder so so was können wir denn jetzt noch machen missionen was tat denn jetzt schon wieder wo die seine belohnung von was damit denn jetzt schon wieder für eine belohnung bekommen ich bin mal irgendwelchen scheiß geschenkt von dem ich gar nicht weiß dass ich ihm geschenkt na gut holen wir uns mal die belohnung was ist das hier hier sind zwei sachen aufeinander das ist es ein pisses von den kennt wer ist das genau Ja, so viele Nebenmissionen habe ich gar nicht mehr, wie ich gerade sehe. Außer die ganzen Fahrzeugmissionen und sowas. Was habe ich denn bekommen? Was ist das denn? Äh, Seraph. Auf jeden Fall ikonisch. Ja, dass man hier aber auch nichts nachkaufen kann, ne? So von wegen, ja, ich würde hier gerne einen Kaffeeautomaten kaufen. Oder sowas. in der Hüteaus Anschein, bis heute los. So learnwhogelbergebergebergebergebergebergebergebergebergebergebergebergeberges Anschein, denn wenn du bei der Indишь kämpst? B, du bist doch B, oder? Hast du die Datenbank gefunden? Du siehst ja prächtig aus. Das Trauma-Team hat dich also ruckzuck wieder zusammengeflickt. Ja, bin so gut wie neu. Wenn du nicht gewesen wärst, hätten sie garantiert nichts mehr zum Zusammenflicken gehabt. Dafür hab ich mich nie richtig bedankt. Sag mal, war da nicht noch jemand bei dir? So ein großer Typ? Wenn du ihn siehst, dann grüß ihn bitte mal von mir. Jackie ist... okay, richte ich aus. So wie ich Jackie kenne, würde er das gleich falsch verstehen und dich auf ein Date einladen. Aber jetzt nicht mehr, denn Jackie ist... schon gut, du bist sicher ziemlich beschäftigt. Ist alles okay? Ja, klar. Alles okay. Also, hast du meine Datenbank gefunden? Du willst es wirklich wissen, was? Du rätst nie, wo sie war. Das war eine richtige Scaff-Jagd. Sandra? Bist du da? Ja. Ich hab nur... Seit sie mir gesagt haben, was passiert ist, sehe ich sie überall. Ich dachte mir, dass sie sie haben. Weil ich hätte sie niemals selbst gesucht. Nicht nachdem. Ich rede mir ein, dass es vorbei ist. Dass sie jetzt weg sind. Hör mal. Du bist Platin-Kundin beim Trauma-Team. Besser geht's nicht. Ich bin mir sicher, der Sick Hammer-Exploit ist längst behoben. Stimmt. Aber wer weiß, was sich die Scaffs nächstes Mal ausdenken. Na ja, jetzt ist jedenfalls alles vorbei. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern. Willst du darüber reden? Ach, schon gut. Bring einfach die Datenbank in mein Apartment. Ich schicke dir gerade die Adresse. Danke. Ja, aber wer weiß, was mich da erwartet? Ich hab nix gutet. Da sind bestimmt welche am Rumschnüffeln. Warte, bevor ich mich mit Sandra drifte. Jedoch mal ne Runde schlafen. Ich hab nix gutet. Setzen und Schleifen ging. Die Pimsi. Also, Foto-Modus geht. Nee, kannst du nur nicht die Drohne benutzen. Hm, warum wohl? Aber wenn's danach geht, könnte ich auch komplett nackig hier rumlaufen, oder? Ist doch egal, ob man duscht oder nicht. Claire, was ist mit ihr los? Ich hab nix gutet. Ja. Da bin ich hier im Moment. Damit ist die cosa noch immer. Ich hab nix mit mir abon vált. Ich hab nix gehoffet. 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 Das war's für heute. Oh boy, warte mal. Da müssen wir noch ein bisschen schneller ran hier. Ich bin gespannt, was gleich passiert. Warte mal. Warte mal. Oh mein Auto. Sag mal, das ist doch ein... Also für mich sieht das aus wie... Wie heißen denn die Dinger, die du nach dem Duschen benutzt? Warte, Mantell. Warte, Mantell. Oder? Also dafür, dass sie so ritsch ist? Sandra? Ich bin's. Wie? Ich hab deine Datenbank. Sandra? Bist du da? Bist du allein? Ist dir jemand gefolgt? Was glaubst du denn? Mach schon. Ich will die Tür nicht lang offen lassen. Immer noch Schiss vor den Scavs? Eine Freundin von mir meinte, dein Gedächtnis wäre gelöscht. Die Scavengers? Nein, ich denke da eher an. Ach, ist auch egal. Hast du die Datenbank? Wenn es nicht die Scavs sind, wer dann? Hör mal. Ich bezahle dich nicht dafür, dass du mir persönliche Fragen stellst. Du hast damit angefangen. Außerdem hab ich dein Leben gerettet. Zählt das nichts? Das zählt. Und dafür wurdest du bezahlt. Tu nicht so, als wäre das eine große Sache für dich. Also? Wo ist die Datenbank? Hier. Keine Angst. Ist vollkommen intakt. Immer wenn jemand keine Angst sagt, wird mir ein bisschen mulmig zumute. Du hast nicht zufällig mal kurz reingesehen, oder? Ich würde nie meinen Ruf für ein paar Datenbytes ruinieren. Komisch ist nur, dass die GPS-Sig von der Datenbank vor gar nicht allzu langer Zeit plötzlich online war. Das kann nur eins bedeuten. Jemand hat sie gebootet und reingesehen. Habe ich das? Keine Ahnung. Weiß es nicht mehr. Was weiß ich? Vielleicht haben die Scavs reingesehen, bevor ich aufgetaucht bin. Mhm. Die Scavs. Sicher doch. Hier. Das war dann alles. Moment mal. Wir hatten mehr vereinbart. Ach, echt? Vielleicht haben die Scavs ja was rausgenommen, bevor du hier aufgetaucht bist. Wir sind fertig. Ich geh jetzt. Ich geh doch mal was mit dem hier. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Ich bin dran. Wir einen kleinen, kleinen. Ich bin dran. Ich bin dran. Ohne... Ich bin dran. Und raus. Ich bin dran. Ich bin dran. Und was brauche ich von uns? Ohne ganzes. Das ist der Name.